Zu nahe für deinen Geschmack? Wir glauben auch. Und deshalb wollen wir dich fragen. Wenn es etwas gäbe, damit du dich in den Bergen noch sicherer fühlst, wärst du interessiert? Unser Vorhaben ist ganz einfach. Eine neue App, um die aktuellsten Informationen über Bedingungen vor Ort verfügbar zu machen. 365 Tage im Jahr. Überall in den Alpen. Stell dir vor, eine interaktive Karte mit den aktuellsten Informationen, geschaffen von hunderten Bergsportlern. Ab diesem Sommer auf deinem Handy. Eine neue Informationsqualität, welche deinen Planungsprozess nachhaltig verändern wird. Mit einer einfachen Schnittstelle werden Fotos und Kommentare sofort auf der Karte dargestellt. Damit kannst du Risiken noch besser einschätzen und es mit deinen Freunden und der Familie so richtig genießen. Wir sind überzeugt. Gemeinsam schaffen wir das. Und deshalb brauchen wir dich. Wir benötigen deine Unterstützung, um die App entwickeln zu können. Und natürlich auch, damit du meldest, was du auf deinen Touren siehst. Gemeinsam können wir die Berge noch sicherer machen. Die Community wächst. Mountain Now wäre Teil davon.